Die Leck-LED dient zur optischen Anzeige des Geräuschpegels, falls das Display aus messtechnischen Gründen nicht abgelesen werden kann und wird über die Taste Beleuchtung zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet. Die Leck-LED zeigt drei verschiedene Zustände. LED aus bedeutet, dass kein Leckgeräusch vorhanden ist. Je schneller die LED blinkt, umso stärker ist das Leckgeräusch. Wenn die LED konstant leuchtet, ist ein sehr starkes Leckgeräusch vorhanden.